Um es einfach zu erklären, es geht darum, ob Diensthunde zur Entdeckung von Covid-19 eingesetzt werden können. Wie das eben erklärt worden ist, nicht weil sie den Virus an sich riechen können, aber die biochemischen Prozesse, die Veränderungsprozesse, die dieser Virus auslöst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020